Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dramball Raging Blast 2! Im letzten Part haben wir mit Super Saiyan 3 Vegeta gespielt und absolut alles zerfetzt und wir hatten unsere erste Mission, wo wir mehrere Charaktere spielen durften gegen auch sehr starke Gegner Ja, besiege die Schockenkrieger, Gegner werden stärker bei zwei oder mehr verbleibender Gesundheit Heute ist dann Gohan Erwachsen wie gesagt dran Die Frage war jetzt für mich, es gibt ja einmal den Erwachsenen Gohan oder gibt es halt Ultimate Gohan sind hier zwei verschiedene Charaktere deswegen nehmen wir erst den ganz normalen Erwachsenen Gohan weil Erwachsener Gohan gewünscht wurde, nicht Ultimate Gohan und da die hier den als zwei verschiedene Charaktere gekennzeichnet haben, ist das so So, dass ich tatsächlich... Ja, ist das so, dass ich jetzt den hier nehme Jo, okay, was war das denn? Okay, Dabra war ja echt witzlos Okay, mir ist alles egal, ich muss Majibu abfalten Ja! Ja! Los! Was? Majibu ist wirklich... Oh oh Ja! Ja! No use! Ich muss voll Power gehen! Kamehameha! Sehr gut Boah, das sah bad aus Aua MPC ist mit wütender Seele so wirklich witzlos So, jetzt reicht's Jawoll Seht aus, als hätte ich sie mal noch drauf Bruder, du hast jahrelang nicht trainiert Das war Lack Mein Spaß Bestboy Gohan, Alter Okay, ich glaube, wir haben ein paar mehr Kämpfe haben Bonus erhalten Super Saiyajin Sam Gohan Jawoll Und drei Punkte Okay, gegen Dabra, der Kampf Äh, gewinne gegen einen Extrem... What? Ich muss gegen mich selber? What the hell? Das macht ja gar keinen Sinn Ultimate Gohan gegen Erwachsenen Gohan Das ist meine stärkste Form, what the hell? Krass Oh mein Gott, Aua Alter Ich hab ja gar keine Schnitte Ja! Ich muss stärker werden, als ich war Der macht super Kamehameha Alpha Base Weg jetzt nicht Echt jetzt? Alter Was ist der mit dir? Jetzt reicht's! Kamehameha! War das ein bisschen zu viel? Mann Hör auf damit Ich will nicht gegen dich kämpfen Nee, du bist ich Jo, ich kann den Vollspam Ja! Niemand ist stärker, als ich selbst Tschüss Alter Gohan Du hast dich von dir selber so hart verprügeln lassen gerade Und dann sagst du Ich hab's immer noch drauf Bruder, du hast gar nichts mehr drauf gehabt Manu Ich hab voll eine Reihe gekriegt, Mann Äh, Kampfschlag, Gegenstand Hä? Okay Wie viele Treffer kannst du in 120 Sekunden landen? Okay Äh, dann lass mich mal kurz in die Objekte gehen Wunderkraft Nein Kampfschlag Beginne den Kampf mit einer vollständig gefüllten Key-Anzeige Das ist gut Wenn wir jetzt noch Key-Kontrolle dazu packen Dann sieht das gut aus Die Frage ist Voll voll oder Einfach nur gefüllt? Also so quasi Nicht über Power-Modus Sehen wir jetzt Alright, let's get started Okay, voll einfach Okay, cool Ja, okay Das hilft schon sehr Leider, dass immer acht Treffer sind Ja Swimmen wir einfach da mit rein Also das ist ja wirklich der leichteste Weg Viele Treffer zu machen Nein, wir könnten natürlich auch in die Seele gehen Aua Alter Hör auf uns zu verarschen Aua Wir haben es aber auch mit Puh Trifft nicht mal lol Ah, hör auf zu spammen Vor allem der hat mich schon absorbiert, hä? So Alter Das mit dem TPen ist echt nervig Hallo Ey Die Seele funktioniert auch nicht jedes Mal so, wie ich möchte Jung, was ist denn mit dem? Wofür habe ich würde eine Seele aktiviert, wenn es nicht klappt? Meine Güte Gut, dass so die Treffer gezählt werden Und nicht der Skill, weil das war gerade echt ein Trauerspiel Aber trefft wieder komplett Hallo So langsam näherst du mich Echt jetzt? Was soll das werden? So, bitteschön So, check Mach mal schön in die Magengrube Ja, komm Scheiß drauf Ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen Ah, plus, plus ist okay Super Saiyan Äh, Son Gohan Explosive Kombination Und Super Saiyan 2 Son Gohan Ultimative Explosion Cool Für Videl Ähm Besiege den Gegner von 60 Sekunden Okay Easy Sollte nicht schwer sein Beginnen wir mit Wittender Seele Tatsache Hä? Lol Jo, was habe ich da gemacht? Ja klar Was war denn das? Kann ich das reproduzieren? Oh, kann ich nicht, weil er schon tot ist Lol Ups Nicht schlecht Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich so stark sind Man muss nur einmal abrutschen mit der Kraft Okay, Bonus erhalten Super Saiyan 2 Son Gohan Und wir können sogar immer direkt in Super Saiyan 2 gehen Weißt du was? Das machen wir auch Wir siegen jetzt echt für Kämpfer, die als Feinde erscheinen Oh, Trunks und Future Gohan Oh nein Warum? Warum gegen die? Wieso tust du mir das Anspiel? Oh, diese Mucke ist so geil Let's have a match, Trunks Yeah What do you wanna do now? Hallo Alter Alter, um zu drehen, ist nicht die reine englische, hä? Ja Alter Beruhig dich jetzt mal Trunks Hab ich dir das so beigebracht in der Zukunft, oder was? Alter Dieses Scheiß umdrehen Du machst mich wirklich sauer Jetzt Reicht's mir aber Ja Jetzt nimm das Du machst mir zu viel Damage Ich regle das, okay Komm her Es ist plötzlich Ramadan Jo, wie hab ich das gemacht? Okay, dieses Spiel ist krasser als ich dachte Was Kommos uns so angeht Spin! Okay, also Gohan Also Erwachsener Gohan Seine Moves sind wirklich Alle irgendwie gleich Guckt euch das an Es ist wirklich eins zu eins Dieselben Moves Okay Geschafft Also irgendwie auch nicht so cool, ne? Wenn er immer dasselbe macht Dieselben Moves Over and over again Okay Gut Drei Punkte nochmal fürs Limit Super Saiyan Schüler Und Broly Siege ein Mit der Zeit stärker werdenden Gegner Oh mein Gott Broly Äh, da gehen wir nochmal in die Objekte rein Weil wir haben jetzt nochmal richtig viel bekommen Äh Schlagangriff? Ne Ich glaube Verteidigung wär gut Weil wir bekommen relativ viel Schaden Also erstmal Gesundheit Und Verteidigung ein bisschen erhöhen Ist okay Ich meine, wenn er schon stärker ist Dann müssen wir uns auch rausrüsten Aber wenn wir eh immer dasselbe drauf haben Oh Dann kann ich mich auch direkt in die Persaison 2 verwandeln Ich werde nicht zulassen, dass du die Erde zerstörst Nur weil dein Vater weg ist Ja Komm mal ran Ich bin nicht kakarott Oh mein Gott Oh mein Gott, der ist ja wirklich viel stärker Oh mein Gott, der ist ja wirklich viel stärker Na warte Was? Junge, Broly ist auf Leidemhof ist auch richtig geil Wer hat ein Broly schon, ne? Hey, jetzt reicht's aber Warte mal, wir haben nur eine bestimmte Zeit? Okay, sehr gut Kein Problem, wir schaffen das Ich würde das durch eine super Kamehameha machen Oh nein, bitte nicht weghauen Ja Tschüss Broly Kamehameha Easy S plus Jawoll Achso, gegen Broly ist immer nochmal eine Herausforderung Okay, letzter Kampf, scheinbar Bonus erhalten 2 Punkte Und ein 7 Sterne Dragon Ball Jawoll, dann rufen wir gleich auch nochmal Shenlong Brüder Kamehameha Und Metal Cooler Cool Sehr, sehr gut So Pflanzenmänner Besiege die Pflanzenmänner am 90 Sekunden Limit Okay Sollten wir hinkriegen Das sollte jetzt nicht schwer werden Anzahl besiegt Oh, okay Okay, das geht unendlich weiter, oder was? Steh auf Ja, okay Also wenn die jetzt nicht immer stärker werden Oder habe ich nur 90 Sekunden für möglichst viele Das ist natürlich auch eine Sache Ja, okay, der erste war einfach Ihn von mir wegzuschlagen macht halt auch gar keinen Sinn irgendwie Tschüss Oh, Tatsache Wir haben für Jeweils einen immer nur Ja, wir haben insgesamt nur 90 Sekunden für mehrere Okay, alles klar Ja, dann heißt es Key Spam angesagt Das ist das leichteste LOL Weil wir möglichst viele besiegen sollen Einfach Key Spam Das ist das einfachste Okay, ja Irgendwann die Line zu hören Das ist halt auch nervig Das will finish you off Komm, wir nehmen mal das Ja Hat gereicht Ja, so 5 würde ich schon gerne wollen Solange nicht einfach wegzulaufen ist alles okay Na toll Ich finde es ja auch immer schön, wie der Wie er so um mich rum tanzt So, 5 geschafft Okay, sehr gut Also wie ich da noch mehr schaffen soll, weiß ich echt nicht Also höchstens, wenn ich einmal rein ulte Vielleicht one-shot ich die Äh, ja klar Sehr realistisch Dass ich den nicht treffe Er war direkt vor mir, aber okay Ja, okay, irgendwie Okay, ja klar Er weicht auch noch aus, damit wir ihn nicht finishen können Okay, 5 muss reichen Ja, hat gereicht Sehr gut Okay, entweder kommt jetzt noch was Oder das war es sogar schon mit Gohan Gohan erwachsen und Audiologs Okay Okay, ja gut Dafür brauchen wir ein paar neue Charaktere scheinbar Okay, dann würde ich sagen, das war es Bis zum nächsten Mal Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Down oben da Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Und schreibt die gerne in die Kommentare, welcher der nächste Charakter sein soll Den wir spielen Bis dann und ciao Euer Firelex up Haut rein Ciao